Ich habe übrigens sehr viele Klientinnen, die ich astrologisch berate. Man kann sogar angeborene programmierten Aspekte sehen, ob Herzchakra blockiert ist. Wir können das von vorherigen Leben als Reinkarnation in diesem Leben mitbringen. Und dann besteht unsere Aufgabe, das hier zu lösen, uns davon zu befreien, damit wir in Leichtigkeit leben können. Je mehr Blockaden, desto mehr Angst. Je mehr Angst, desto weniger Lebensenergie. Am 29. Februar um 19 Uhr lade ich dich zu einem kostenlosen Minikurs ein. Wir werden uns deine Ängste, deine Blockaden anschauen und anschließend bekommst du den Weg, wie du das heilen kannst. Den Link findest du in meinem Profi. Ciao, bis bald.